Aaaaaaah! Mann! Scheiße! Warum muss ich eigentlich immer alles alleine nach oben schleppen? Ich kaufe alleine ein. Ich schleppe das Zeug alleine hoch. Ich koche allein. Ich mache die Nachbarsche allein. Und das alles nur, weil ich Single bin und keiner was mit mir zu tun haben will. Ich... Hatscht mich das an. Wäre ja auch ein Wunder, wenn ja einer mal das Bad gewischt hätte während ich denke. Ja, nein. Ist ja keiner da. Nur eine Scheiße.